jo hier ist der gusua ich habe mich schon runter gefahren ich habe immer noch donnerstag also ich hänge so ein bisschen hinterher natürlich und ich will jetzt einfach mal gucken ich war eine ganze zeit lang nicht online und jetzt würde ich gerne mal schauen wie viel pokal ich dann gewonnen habe weil ich war ja irgendwie bei 300 noch was klicken wir mal rauf und lassen wir erstmal geschehen hoffen wir mal nicht zu viel und trommelwirbel es ist nicht euer ernst alter ihr habt mich nicht alter fuck ey alter es gibt es nicht leute das ist doch scheiße alter ok soviel zu zählen zum thema sub 200 wie viel haben wir denn verloren gar nichts das heißt also ich müsste ja eigentlich eigentlich müsste ich ja einiges an also was heißt einiges an errungenschaften aber ich hatte ja doch jaja also wer hier seine angriffe erfolgreich die angriffe verteidigen möchte diese errungenschaft voll machen möchte der darf gerne einfach mal ganz easy sub 200 bzw in die nähe gehen und dann kann gefahren werden jetzt aber die sache die ich habe jetzt ohne witz wenn ich mich zuvor habe runter fallen lassen dann habe ich ja ordentlich gold bekommen ja was ist ordentlich also ich habe ein bisschen was mehr gold gemacht und habe es auch easy bekommen ohne wer viel wisst wie viel geld auszugeben dann kann ich das eigentlich wieder machen und danach mache ich eine base umstellung genau das sehen wir jetzt gleich das sehen wir jetzt gleich da lasse ich euch dabei aber das kotzt mich ja mega an einer 500 fucking 71 pokale innerhalb von ich sag mal realistisch irgendwie zwei stunden oder sowas ah cake alter das ist natürlich nicht so schön ganz klare nummer damit also mit so mit dieser masse hätte ich jetzt nicht also ich wusste ja dass man immer ganz schön geboost wird dann und angegriffen wird ohne ende klar aber ja soviel zum thema sub 200 und ich gebe euch meine ressourcen das kann ich mir dann leider irgendwie schenken weil ihr dann findet ihr mich wieder nicht also weil klar ich meine wenn ich jetzt wieder in silber bin ja hat sich erledigt schade sub 200 projekt kann dann wohl wenn dann nur in dem stream wirklich mal gemacht werden weil alles andere ist nicht wie soll ich sagen nicht von der zeit her reell genug weil wenn ich ein video mache und das irgendwie zwei tage später online ist dann bin ich ja schon längst nicht mehr sub 200 ok schade das hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt Das ist auch kein loot das ist auch kein loot dann ja Weiß ich nicht schade Dann lasse ich das base die sein weil wie gesagt das bringt es nicht mal gut dass ich das nicht geändert habe Ich wollte nämlich schön guzoa youtube draus machen und fertig aber das hat sich ja dann erledigt Scheiße Oder ärgere ich mich ein bisschen Da ärgere ich mich echt ein bisschen Da hätte ich mir mehr von erwartet irgendwo Ich meine klar die wollten auch nur runter Kann ich dir ja nicht verübeln Ja sollen wir hier mal kurz Dass wir hier zumindest das das LX klar machen Machen wir mal hier so ein bisschen die Einzelnen sachen hier weg Und dann müsste ich am besten natürlich Ja läuft bei mir Jetzt Riesenbombe Bam Bevor die loons kommen sollte die Mauer zu knacken sein Sie sollte zu knacken sein Sie sollte zu knacken sein Sie sollte zu knacken sein Jo Wir sind drinnen Aber bringt noch nicht viel mehr Aber ich bin ja schon mal da wo ich hin will Zuck Oh Eh die loons da sind Sollte das hier ganz Gechillt Ah der King reißt was Der King reißt was So gucken wir mal Wo können wir hier noch Parken Ja das war die einzige Miene die Ist aber jetzt also das ist effektiv Nicht mehr Ja das nicht mehr lohnenswert Also das war Definitiv Ein schluss und offen bloß Ich will jetzt wiederum auch kein Elix für für die Spells raushauen Ich hoffe einfach dass die Loons es Nicht schaffen Wenn Ja das war es dann wohl Ja Ein bisschen fail Egal Egal Ah Ich ärgere mich gerade so hart Ich ärgere mich gerade so hart Mal gucken ob wir noch einen coolen Angriff kriegen hier Weil Ich habe mit allem gerechten Ja was Geil von die Rathausen So Gucken wir mal Also der ist schön inaktiv Und Ne was heißt inaktiv ist ja Blödsinn Inaktiv ist er nicht Aber der hat natürlich Richtig was gerissen hier In Bezug auf Ausmexen seiner Base Und Dann Gucken wir mal was hier geht Alter der ist ja richtig dabei gewesen Alter ich glaube der hat ein bisschen gepennt So gucken wir mal was der Alex hier reißt Hat sich gesagt gut okay komm Gehen wir mal erstmal mit dem mit den Riesen hier auf Einzelschaden kill Das klappt schon mal klar So jetzt bin ich ja gespannt So jetzt ist die Adler Artillerie hier am Start Und hat schön den King getriggert Ja es passt aber noch also der 30er King ist da jetzt Nicht so Aber in Verbindung mit dem Inferno Ich meine er ist nur auf Multi Aber da lebt er auch nicht ewig Und King ragen ganz genau Junge ragen den King Dann läuft das Ding auf jeden Fall Queen of 37 ist hier unten drin Und dann läuft das auf jeden Fall besser als bei mir Ja und jetzt jetzt sollte die Adler Artillerie auch langsamer down gehen bei den ganzen Riesen Jupptidei weg isse Die alte Motte Ja stimmt Der Riese war ja dann auch wieder Der Riese genau Der King war ja dann auch zu dicht wieder dran Weil die Adler Artillerie ja auch eine gewisse Reichweite hat Und auch so Mindestradius Wie der Minenwerfer Wir haben noch 5 Mauerbrecher Die man eventuell hier auch gut einsetzen kann Weil hier guckt mal Ganz genau Na ok da geht es natürlich auch War aber Quark Weil ich hätte hier rein, dann hätten die Bogies nicht rumrennen müssen Ist meine Meinung Aber gut Das ist jetzt nicht so wild Bam Alter Verwalter Haut da gut raus hier würde ich sagen Queen langsam mal Ability ganz genau Läuft Oh ärgere ich mich hart Ärgere ich mich hart So jetzt gucken wir ja Angriffslock Ja brauchen wir nicht gucken aber Verteidigungslock Ja halt nur Ja klar Ja wie gesagt also so kriegt ihr halt dann wirklich die Verteidigungen echt schnell Schnell und rasant Zusammen Das ist natürlich ziemlich geil Hier guckt mal 29 Immer in so Steps Guckt mal Ich war in der Zeit nicht online Und dann immer So ok Alter Und dann hier guckt mal hier 30 Minuten Ja genau genau Ja klar logisch da habe ich dann kurzzeitig mal Schutz bekommen Und Aber wartet mal Ja Ja doch Ja Müsste so sein Bin ich so verpeilt Ja ich bin so verpeilt Ich gebe es zu 25% waren es dann halt Und Das ist natürlich dann ein bisschen Keke Ah ärgerlichst Finde ich echt ein bisschen Keke Aber so ist das Leben So Magier Habe ich leider Doch habe ich habe ich habe ich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Und ich drücke die 15 10 Gucken wir mal Was wir hier noch haben Irgendwas 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 ist gut Und noch ein paar Kubis Hi Kenne ich ja nix Aiblali Läuft Beim Victor Ja Ich werde mal wieder hier Kubis ausbilden Und dann war es das auch schon schade Echt Also da hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet Also wie gesagt gibt es nichts von mir Ärgerlich Ich hätte euch das gerne Muss ich meine irgendeinem schenken Brauche ich es auch nicht Wie gesagt Versprochen Könnt ihr mich beim Wort nehmen Ich werde das bei einem Stream Wie gesagt 25k werde ich dann nochmal In Stream auf jeden Fall machen Und dann wird das so gemacht Dann werde ich irgendwie Runterfarmen nochmal So schwer ist es ja nicht Und Dann halt wirklich Wenn die Lager halbwegs voll sind Dass man dann halt euch nochmal Was zur Verfügung stellt Fertig Das möchte ich schon Bloß ich möchte halt wirklich Dass ihr das halt bekommt Und nicht Ja irgendeiner So sieht es aus Das war es von mir Ich hoffe es hat euch gefallen Mit Plus 571 Pokalen Innerhalb von Kürzester Zeit So macht ihr eure Errungenschaften Fertig Haut mal rein Ich wünsche euch was Ich wünsche euch das